Und dann gucken wir mal ins Knochenresort, da soll ja scheinbar auch Mithril. Da soll ja auch Mithril zu finden sein. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Bitte, bitte, bitte. So, Meteormon. Ja, nee, komm, lassen wir jetzt. Meteormon lassen wir jetzt erstmal Meteormon sein. Das ist nur Materialfarm. Oh, so anstrengend. Naja, wir machen ja noch ein bisschen was. Wir haben Blacky besiegt und ja. Äh, was mit Taisi-Dramon? Ja, ich gucke gleich nochmal ins Kappen-Mod. Denn ihr sagt, da soll auch Engo-Dark-Dramon sein. Was war das? Shift-3, glaube ich, ne? Hattet ihr mal nicht gesagt. Ich will mal gucken, ob das schon da ist oder ob wir das bekämpfen dürfen oder so. Wir müssen unbedingt, so wie wir jetzt sind, auch noch... Ähm... Ne? Machen? Müssen wir auch noch das Dartamon, würde ich auch noch gerne dann fertig machen. Das hätte ich auch noch gerne. Yay! Digi-Feuerholz und einmal Digi-Götterholz. So, dann machen wir hier hinten noch. Hier finden wir immer Chrom-Digozid. Digi-Zigis-Zeit. Ist auch immer nice. Können wir auch gebrauchen. Nutzen wir jetzt einen Autopiloten und gehen wieder zurück. Ohne lange Umschweife. Ohne lange Umschweife gehen wir dann jetzt wieder zurück. Wir können bestimmt wieder hier Autopiloten. Dankeschön. Knochenresort Hinterland gehe ich aber mal hin. Wir fangen... Wir rollen das Ganze von hinten auf. Ich hoffe, dass ich da wirklich herbekomme. Hier ist etwas, was wir suchen. Na, glaube ich nicht. Da vorne ist Material. Oh, bitte. Stein. Ja, gut. Stein brauchen wir nicht. Ohne X. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Angemon mache. Es dauert noch, bis Bultmon stirbt. Das Farmen dauert lange. Ja, ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe jetzt schon sehr viel... Ich habe jetzt schon sehr viel Freude daran, an dem ganzen Gefarme hier. Oh, ein Digi-Diamant. Geht mal weg. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ihr riecht, ihr riecht, ihr riecht ganz furchtbar. Ah, toll. Okay. Wie viele sind's? Hallo? Okay, wir müssen gleich speichern. Es hat gelaget. Das gefiel mir jetzt gar nicht. Es hat gelaget. Wir speichern gleich erstmal. Jetzt kriege ich einen Vogel gerade. Lagen soll das nicht. So. Sollte ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Besonders wenn wir das hier machen können. Was er aber nicht machen will, alles klar. Ja, dann macht die so fertig. Dann macht die doch so fertig. Sehe ich nicht ein. Okay, so schwer sind die Tusten und zum Glück nicht. Wo könnte denn hier Metall sein? Oder muss ich dafür in die Kirche? Würde ich ungerne machen eigentlich. Die Kremons blau gefallen mir eigentlich nicht so. Machen wir ganz schnell das. Hexenholz. Bei den Ogermond. Achso, ja. Jetzt weiß ich. Ich weiß, wo du meinst. Ja, bei dem Fugamond-Ding, ne. Wo wir immer dran vorbeigelaufen sind. Jetzt suche ich ja. Jetzt suche ich ja Mithril. Jetzt suche ich ja verzweifelt Mithril. so machen wir gut damage nicht wirklich machen wir eigentlich nicht wirklich gut damage okay es tut mir leid die sind aber zu hart die sind einfach die sind eindeutig zu hart die haben die hamburg man fast ausgeschaltet mit ein einhieb manu ich will doch nur ein bisschen mit real haben ich bin kein mit real was wolltest du denn noch mal sehen sie k.o. wolltest du denn noch mal wer bist du du bist ein mensch wie langweilig gar nix okay er findet uns also öde danke okay es geht wieder zurück heute wird sehr viel geld ausgegeben an dem heutigen tag es geht wieder zurück jetzt geht es nach thema ep geil können wir ja jetzt sogar das hier machen oder auch nicht toll okay bewahr ich mir auf war ich mir auf was machen wir dann jetzt wo wollte ich jetzt hin ich hab's vergessen wo ich hin wollte verdammt naja kap mod wollten wir auf dem weg den ich gerade war na gut ja gut schade äh kap mod wollten wir jetzt noch gucken wir können natürlich auch noch defekt ex machina gucken und da vielleicht ein bisschen mit real oder sowas sammeln aber das ist so scheiße selten und ich habe keine lust mehr ich habe keine lust mehr das zu sammeln wir brauchen so dringend aber ich habe keine lust mehr das zu sammeln wir gucken mal kap mod warte bevor wir das machen da gucke ich der morgen da gucken wir dann morgen noch mal noch mal nach was ich mag ich mag ich mag alle meine zuschauer die dojo verbessern so nein wir haben 19 uhr 34 nicht 33 so ab ins kap mod ich ja ist vielleicht ist vielleicht eine geldverschwendung aber ist mir egal wir machen es trotzdem jetzt wenn es eine geldverschwendung ist wir haben auch heute noch eine excel die wir verbrauchen können was ein bisschen komisch klingt aber wir können so wir könnten ja mal wo soll das sein schiff drei ne gucke ich noch mal ganz schnell auf die karte wo schiff drei überhaupt ist hier schiff drei oder gerade hin ne warte gehen wir nicht hin gehen wir glaube ich nicht hin wir müssen auch das white man hier haben das könnte eigentlich auch noch mal machen weil wir haben ja wenn wir eine excel haben dann könnten wir ja auch eigentlich super gut white man besiegen oder nicht könnte man natürlich auch noch machen ich sammeln erst mal ein bisschen material schwarzholz naja brauche ich das internet und man ich sehe die ganze zeit echt heute fast bei 20 prozent verworfene frames also ja und hier irgendwo takt ramon sein da kommen will er kämpfen ne schon mal vorteil hat und diamant der davon ist nicht takt ramon ne wissen du noch mal kann schon mal mit dir geredet muss den flügel umgestalten die hörner als stabilisator nutzen wir wissen du egal du wirst meine forschung wohl ohnehin nicht verstehen das kann sein kupfer gold silber war hier das weit man ich bin mir gerade gar nicht so sicher ob hier das weit man war weil wenn dann werden wir uns jetzt wirklich um das weit man mal kümmern war vielleicht auch ganz cool okay wir müssen aber auch noch ja aber wir sind ja auch mega und mit einer excel könnte es ja vielleicht hinhauen ich ich rechne ja einfach nur damit dass wir eine excel bekommen und dann das machen können ich rechne ja ich rechne ja damit dass wir eine excel digitation machen können weil sie sind jetzt hier stufe 28 28 wir gehen erstmal da hinten das letzte holz holen was wir noch brauchen weil da ist es ja noch die hexen holz ich gehe gleich zu dem mal hin dann müssen wir noch mal ganz kurz gucken mein mit einer exe digitation sollte es doch eigentlich machbar sein ein riesen ding war das nicht hier war das nicht hier so wie sieht es denn aber haupt aus mit euren leben was soll das kann ich da sehen hat wo man braucht noch ein bisschen können auch ein bisschen hoch und runter laufen auch das dicke ding da oh gott da muss ich überlegen punimon glaube ich ne oh gott das ist mir voll entfallen wie heißt denn das dann noch mal verdammt sternholz ne ich brauche was brauche ich denn noch mal schneeholz ja schneeholz brauchte ich hatte ich glaube ich gerade bekommen botamon hat botamon heißt es mensch gibt es hier hinten noch was können wir hier hinten von der planke springen hier hinten können wir angeln auf angeln habe ich jetzt keine lust genau botamon war das genau habe ich natürlich in meiner grenzenlosen verwirrung wieder vergessen denn ich würde sagen wir gehen jetzt mal wir gehen jetzt mal white man angreifen wir gehen white man angreifen gucken ob wir die exe digitation bekommen und dann gehen wir am nächsten tag ich weiß nicht wohin ich habe auch angst einfach white man anzugreifen gebe ich zu ich habe doch ein bisschen angst die quarts hatte was suche ich denn jetzt heilungs disken genau so die damit heilig immer ganz schnell hoch ok versuchen wir es ok ich habe schnell mit denen geredet gut sieh an wenn das nicht ein mensch ist was verschlägt dich denn hierher ich bin white man früher bin ich rumgezogen und habe unruhe gestiftet aber das aber aus dem spiel bin ich schon lange raus du warst ein großer piratenkönig oder ich verstehe du bist gekommen weil du den piraten schatz suchst habe ich recht ich muss dich enttäuschen ich gebe gab den schatz meiner mannschaft es gibt kein digi es gibt keine digi dublonen mehr übrig nun genieße ich das leben ich angle und lebe von der see es ist nichts mehr übrig naja bis auf ja da ist noch etwas wenn du mich besiegt sag ich dir was ich mein ich bin gespannt ich bin sehr gespannt wir haben ein achtung da stehen das heißt er wird uns ordentlich die fresse polieren wir können ja mal ganz schnell verteidigung gegen gehen damit wir ein bisschen wir warten darauf dass eine echse vielleicht kommt aua alter wir sind gedottet gedottet will ich aber jetzt nicht sein alter was für eine fiese technik ich meine das hieß gedottet oder so ja komm große heilungsdisk alter der macht aber auch der ist auf jeden fall böse ich würde gerne eine echse machen ich würde gerne eine echse machen bitte lass mich eine echse machen aber das wird weh tun ist für na ne warte für beide wäre das eine echte verschwendung so die musste ich jetzt einfach mal so nehmen einfach nur ich will ich will eine echse machen wir warten noch bis wir und auch gleich er müsste gleich so weit sein dass wir eine echse machen können alter die macht der macht damage der ist ziemlich böse der ist richtig richtig böse der ist richtig böse aber wir können jetzt die echse machen warum warum ich bin verwirrt warum kommen wir die jetzt gerade nicht machen ok wir machen es nochmal da warum darf ich nicht warum darf ich die echse nicht machen verdammt nein warum nein ich will die echse machen ich will nicht meine blöden fähigkeiten fusionieren verdammt verdammt warum darf ist schon Tag um wir haben doch geschlafen oder nicht jetzt mal wirklich wir haben doch geschlafen oder ok wir dürfen keine echse machen dann machen wir wenigstens das ich weiß nicht wir haben doch geschlafen wir hätten doch jetzt wieder eine echse frei oder nicht ich meine das zieht auch rein aber es macht einfach nicht genügend damage ich dachte wir hätten ich dachte wirklich wir hätten eine echse über weil wir ja geschlafen hatten das wundert mich jetzt wirklich sehr stark wir machen aber nicht gerade sehr viel schaden muss ich mal sagen ja wenn es lag es tut mir leid es tut mir leid wenn es lag wir bauen wieder so lange auf bis wir bauen wieder so lange auf bis 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 wir wieder die zusammen dinge machen können ja ich kann da nichts für es tut mir leid ich kann euch aber sagen dass wir gewinnen habt ihr das mitbekommen muss auch immer genau in solchen momenten legen das ist echt nervig ok wir haben noch so da ist wieder jemand gedottet das gehen wir als erstes erstmal weg der ist ganz schön hart wir haben auf jeden fall ganz schön Arbeit an denen der haut rein der haut rein ey der haut rein wir kriegen ihn kaum hoch äh wieder zurück ins leben da kann sein dass ich hier echt alles verschwende aber ich will es jetzt nicht aufgeben wir sind jetzt so weit gekommen jetzt will ich es nicht aufgeben jetzt will ich es einfach nicht aufgeben jetzt habe ich Angst jetzt werde ich gleich tot sein wa oh Gott äh ich bin tot nein ich lebe noch natürlich lebe ich noch ich bin unbesiegbar soll er bitte nicht nochmal machen ok Rackdisk oh fuck alter fuck man das ist hier ein ganz schön harter Kampf ich komme gar nicht hinterher mit allen ich gebe es zu ich komme nicht hinterher mit allen soviel kann ich gar nicht machen dass wir das wirklich schaffen also er ist auf jeden fall ein harter Kampf ich habe mit einer Echse gerechnet warum haben wir keine Echse schon wieder Rackdisk alter Kacke ok wir könnten aber gleich die eine Echse will ich machen ich darf keine Echse machen das ist so gemein gerät du 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 du